Willkommen bei ZURIGA. Kommen wir auf ein Espresso. Ich bin Moritz, Gründer und Inhaber von ZURIGA. Wir produzieren hier Espressomaschinen. Angefangen hat alles aus einem persönlichen Bedürfnis heraus. Wir haben einfach die Espressomaschinen, die wir gesucht haben, auf dem Markt nicht gefunden. Dann haben wir selbst eine auf dem Markt entwickelt und produzieren die jetzt hier von Hand. ZURIGA bereint technologische Innovation, traditionelles Handwerk und einen Anspruch auf Design und Ästhetik. Wir produzieren unsere Espressomaschinen hier im Kreis 4 in Zürich und beziehen die Komponenten von Partnern aus der Region, die wir alle persönlich kennen. Vor zwei Jahren haben wir als dritte in einem Keller an der Espressomaschinen rumgeschraubt und jetzt produzieren wir hier mit 7 Leuten in dieser Manufaktur. Ich bin froh, wenn der Rest möglichst einfach ist. Ich baue dich vor. Ich baue dich nach vielen Wunsch donner! Ich baue dich, wenn der Fall von der Kamera ausgedrinnen! Ohne diese, was das eine super Begründete, war ich nicht. Ich baue dich, was das ein Komponenten an und so etwas vorgesehen? Ich baue dich und zack. Ich baue dich, aber keine mochte.